Tom's Talk Time Folge 590 In der heutigen Episode gibt es die goldene Formel, wie man Geschäfte macht und wie man echte Win-Win-Situationen ganz einfach herstellen kann. Tomstalktime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaunis. Hey, schön, dass du heute wieder dabei bist. Wie du sicherlich mitgekommen hast, bin ich aktuell in Deutschland und sende mal wieder hier aus der alten Heimat. Der Grund, warum ich nach Deutschland gekommen bin, war jetzt kein so schöner Grund, sondern meiner Mama geht es ziemlich schlecht und da haben wir uns dann in den Flieger gesetzt und sind kurzfristig rübergekommen, um hier meine Eltern ein bisschen mit zu unterstützen. Aber das soll heute nicht das Thema der jetzigen Episode sein, sondern hier in der Episode geht es um Win-Win-Situationen und wie du solche wirklich herstellen kannst. Ich weiß nicht, was du für Erfahrungen gemacht hast, aber ich habe öfters mal erlebt, wenn es um das Thema Verkaufen geht oder um Angebote geht, dann gibt es die Leute, die ungefragt dich zuplappern und sagen, ich habe hier was ganz tolles und ich habe dies und ich habe jenes und mein Produkt und hin und her, wo es immer nur darum geht, ich und mein und so weiter, wo das nur auf den Verkäufer bezogen ist. Und die versuchen dann, dir irgendwas aufzuplappern von wegen, dass mein Produkt ja das Geile ist und mein Produkt ist das Beste und ich bin ja sowieso der Tollste und ich weiß, wie es funktioniert. Und mir geht es dann oft so, wenn ich sowas höre, so von wegen, boah, Alter, mach mal einen Punkt, das interessiert mich alles nicht wirklich. Ja, so von wegen rein Verkaufpsychologe sollte eher die Frage sein, nicht wie geil dein Produkt ist, sondern was habe ich von deinem Produkt? Also das ist so diese eine Schiene, wo man denkt, oh Leute, das lernt man schon in der Grundschule des Verkaufens. Und dann gibt es aber auch die Leute, die das schon wesentlich besser machen und zwar die Win-Win-Situation schaffen wollen und die wirklich in diese Richtung gehen von wegen, hey, mein Produkt kann für dich dieses und jenes lösen und dein Problem kann hiermit gelöst werden, wo dann wirklich mehr auf meine Situation als potenzieller Käufer eingegangen wird. Aber das bringt natürlich auch nichts, wenn vorher keine Situation oder keine Frage geklärt wurde, ob ich denn überhaupt darin einen Bedarf sehe. Nur weil es ein Produkt ist, was mir theoretisch helfen kann oder mein Problem lösen kann oder könnte, heißt noch lange nicht, dass ich das überhaupt möchte. Denn A, dafür muss ich erstmal erkannt haben, dass ich überhaupt ein Problem habe, was gelöst werden muss. Und B, wenn ich es erkannt habe, dass ich dieses Problem habe, muss ich aber auch willens sein, dieses Problem lösen zu wollen. Ja, das hört sich jetzt vielleicht alles ein bisschen blöd an, wo man denkt, ja Moment, warte mal, wenn du erkannt hast, dass das ein Problem hast, natürlich willst du, dass es gelöst wird. Aber nee, also zumindest in meiner Erfahrung habe ich das schon einige Mal erlebt, dass ich recht klar Probleme von Personen identifizieren konnte, auch in Zusammenarbeit mit denen. Aber wenn ich dann Lösungen angeboten habe oder auch Kollegen oder irgendwelche anderen Leute Lösungen angeboten haben, dass diese Lösungen nicht angenommen wurden oder einfach auch nicht umgesetzt wurden. Und das sind dann so Dinge, wo ich dann, okay, dann ist der Schmerz einfach noch nicht groß genug. Dann will ich eben das Problem nicht lösen, sondern bleib halt auf meinem rostigen Nagel sitzen, weil ich so bequem bin, meinen Arsch hochzuheben, mich woanders hinzuhocken und jammer lieber über die Schmerzen in meinem Hintern. Ich habe mit dem Zusammenhang einen ziemlich coolen, ja, ich weiß nicht, ist das ein Witz, ein kleines Sprichwort, ich glaube eher in Richtung tiefsinnigeren Witz geht das, glaube ich. Und zwar geht der folgendermaßen, ein Mann, also es geht jetzt darum praktisch, wie man ideale Geschäfte macht und wie man auch wirkliche Win-Win-Situationen herstellt und zwar über eine richtig coole Bedarfsanalyse, wo man einfach sagt, okay, das ist wirklich für meinen potenziellen Kunden enorm wichtig, weil ich damit echt ein großes Problem löse. Los geht's. Bill Gates auf und ruft ihn an, sagt ihm, Mr. Gates, ich möchte Ihnen meinen Sohn als Schwiegersohn anbieten. Bill Gates fragt, warum sollte meine Tochter ausgerechnet ihren Sohn heiraten? Darauf der Vater, er ist Vizepräsident der First National Bank. Bill Gates macht große Augen, schaut ihn an, hm, wann soll die Hochzeit stattfinden? Anschließend sucht der Vater den Präsidenten der First National Bank auf und sagt ihm, ich möchte, dass Sie meinen Sohn als Vizepräsidenten einstellen. Der Präsident rümpft die Nase, schaut ihn an und fragt, warum sollten wir Ihren Sohn als Vizepräsidenten einstellen? Darauf der Vater, er ist der Schwiegersohn von Bill Gates. Darauf der Präsident machte große Augen, hm, okay, wann kann er anfangen? Die Moral der Geschichte, so macht man Geschäfte. Das heißt wirklich eine Bedarfsanalyse, wer hat was davon, wenn welche Probleme gelöst werden, was ist der Benefit? Und ich glaube, das machen viele Leute heutzutage noch falsch, dass wirklich mehr geguckt wird, okay, also diese Produktverliebtheit ist, dass die Leute sagen, oh, mein Produkt oder mein Service, meine Dienstleistung ist so geil, ich muss dies und jenes und man versucht damit die Welt irgendwie zu missionieren. Aber das funktioniert einfach nicht, sondern dieser kleine Witz, diese kleine Geschichte, die trifft es eigentlich ziemlich genau auf den Punkt. Und da kann ich nur jedem wirklich den Rat geben, sich das nochmal zu Herzen zu nehmen. Einfach mal belegen, wie gehst du an Sachen ran, wenn du Dinge verkaufen willst? Und mit Verkaufen meine ich jetzt nicht nur, wie du Produkte an deinen Kunden verkaufst oder deine Dienstleistung, sondern damit meine ich auch, wenn du, keine Ahnung, das nächste Mal mit deinen Kumpels auf eine Wochenendtour in die Berge willst oder wenn du ein Wochenende mit deinen Freundinnen verbringen möchtest, ja, einfach wie verkaufst du es deinem Partner, dass du eben alleine mal ohne deine Partner ein Wochenende vielleicht mal weggehen willst oder dass eben, keine Ahnung, das neue Auto, was ihr euch kauft, vielleicht doch, dass es unheimlich wichtig ist, dass das ein Bose-Soundsystem hat, dass das normale eingebaute Soundsystem gar nicht reicht, ja. Wie bringst du das deinem Partner bei oder der mitentscheidenden Person? Weil auch das sind ja im Endeffekt Verkaufsgespräche. Also, in diesem Sinne, ich lasse dich einfach nochmal drüber nachdenken und freue mich natürlich wie immer auch wieder hier auf dein Feedback, was du vielleicht für Erfahrungen in diese Richtung gemacht hast, wenn Leute irgendwas aufschwatzen wollten oder vielleicht wo du sagst, hey, so wie das hier der Vater mit seinem Sohn und Bill Gates und dem Präsident der National Bank gemacht hat, Genau, sowas habe ich auch schon mal gemacht. Dann her mit den Geschichten, am besten über den Button Frag Tom auf meiner Webseite, mir als Voice-Nachricht drüber schicken und ich freue mich da riesig drauf, wenn ich die Storys dann von dir höre. In diesem Sinne sage ich bis nächste Woche und denk immer dran, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Ciao, macht's gut, dein Tom. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen, unsere Interviewpartner und noch vieles mehr. Hast du eine wichtige Botschaft und willst diese endlich mit der Welt teilen? Dann nutze die Macht deines eigenen Podcasts und reserviere deinen Platz in meinem nächsten kostenlosen Podcast-Workshop. Melde dich jetzt auf Podcast Meisterschule an und sichere deinen kostenlosen Platz. Podcastmeisterschule.com Und zu guter Letzt, denk immer dran, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Ciao, dein Tom. ... ... ... ... Vielen Dank.